Anallohme 36, aus der Zucht von Martin Höcklinger, nur noch Besitz von Jürgen Meindl, vom Henz vom Forkensee, Wolter Donnerhall. Hier mit herrlichem Gesicht auf, war hart hochcharmant, mit maskulierem Überguss, bestens angesetzte und lange oberhalte Tote Halse. Und auch der hier ist guter Körperschluss, viel Körperharmonie überzeugend und dann die Darstellungsschritt geregelt. Bei gutem Vorteil hätte man sich vielleicht auch etwas mehr Übertritt gewünscht. Auch Trabi, ganz geregelt, steht locker mit genügend Raumgewinn, sich präsentierend die Katalogbereiche 36. Herzlichen Glückwunsch den Züchter Martin Höcklinger, Herzlichen Glückwunsch den Besitzer Jürgen Meindl. Herzlichen Glückwunsch den Eser Jürgen Meindl. Meine Frau von Herzlichen Glückwunsch den Geist mit ErliegenHHHHH-Mirgschmerz house? Eineج donazione in den Az sanchesi-Jürgen Meindl ist der Einatmen.